Hallo, willkommen bei Kenny, Katze, Hund. Folge 3 meiner Adventskalender-Serie für Götz. Ich mache jetzt das dritte Türchen auf. Prognose, Götz wird wahrscheinlich mal wieder lieben, was da drin ist. Mal gucken, was er heute dafür tun muss. Oh, bei Tür Nummer 3 hat der Kalender leider einen kleinen Ditsch auf den Weg hierher abgekriegt. Ist aber nicht so wild, ging trotzdem gut auf. So, bisschen ausgebeult. Und ich überlege mir gerade mal schnell, was Götz jetzt dafür tun muss. Sag Hallo. Fein Hallo. Tja, wie vermutet, schmeckt Götz natürlich genauso wie gestern und vorgestern. Hallo gesagt hat er auch ganz schön. Meine Bedenken sind jetzt, ich glaube, in den 24 Tagen werden mir so allmählich die Tricks ausgehen, die er machen muss. Also, egal wer dieses Video jetzt sieht, ob Hundebesitzer oder nicht, völlig wurscht. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was der Götz demnächst für Tricks machen soll. Und dann werden wir versuchen, das einzustudieren und euch in der nächsten Zeit zeigen. An dieser Stelle, ciao, wow, wow! Oh, Miene, du bist morgen dran. Okay? Ja, versprochen.